Woher kommst du, Franz Zaber? Ich komme aus Basel. Aus Basel? Ja. Wie viele Mal bist du schon da? Das dritte Mal. Das dritte Mal? Jawohl. Was motiviert dich? Ich habe meinem Freund das zum sechsten Geburtstag geschenkt, einen Marathon mit Begleitung. Und das lösen wir heute das Geschenk ein. Ach so, das ist ja gut. Das ist eine gute Idee. Also Marathon mit Schleife halt. Ja, aber wir treffen so viele attraktive Frauen, die machen das nochmals. Ja, super. Zum Beispiel die Susan, die Simona. Die Simona, genau. Die Simona, ja. Von den Placken. Ja, die reist raus. Ein Grund, hier zu kommen. Ja, ja. Wir sind hochmotiviert. Allzu gut. Dann kann nichts mehr schief gehen. Nichts mehr schief gehen. Was du da?